Moin zu einer neuen Folge, Moin zu einer neuen Folge Mario Katz, zu einer neuen Runde Ich weiß noch nicht, was ich, mir fällt mir nichts anderes ein, was soll ich denn tun? Ich hab halt keine Stefin hier Ich glaube, es ist so einer der Tiefpunkte in meinem Leben Ey, dieser Wix-Konter geht mir so auf die Eier, ey, das gibt's nicht Ey, guck mal, jetzt endet er so die, ist das was? Ist das was oder ist das nix? Freunde Ist das nix? Das ist doch was Mensch, Eggart, Eggart, Mensch Ist das was? Nein Komm schon Oh mein Gott, nein Oh, komm Oh Gott Ich kann ihn Jürgen Nein, nein Nicht mein Ernst Oh, fuck Oh, ey, ja, ich hab Messi gezogen Oh, yeah Ich hab Messi gezogen Momentan arbeite ich immer noch in der Dauernachtsschicht Da arbeite ich jetzt schon fast 13 Jahre lang Und ja, eigentlich macht es mir Spaß Krass Apropos Kfz-Mechaniker Bei richtig coolen Schlitten geht dem Autobauer das Herz Hä, wo, wo mal locht man denn bei Daimler in Norddeutschland Als, als Mich, also, ist hier irgendwie Ich würd gern wissen, aus welcher Echer herkommt In der Halle voller schicker Oldtimer Also Triggert Boah, Jungs, Alter Ich bin mir in dem Vlog nicht fertig Ich schreibe hier auf Twitter, dass ich es vergessen habe, weil er einfach gar keinen Bock drauf ist, ey, oh Scheiß Irgendwo wir grad schon bei Realtalk sind und so Kleine Appreciation an die Henken Army, Digga Ich glaub, das ist so Das ist so die eingeschweißte Gruppe, die ich so hinter mir hab, die immer am Start sind Kuss an euch, Digga Und auch an meine Mods, die auch immer am Start sind Auch wenn jemand tote Hose ist, so Der Chat wird immer moderiert, Freunde Dafür ist gesorgt Außer ein Handy, der spasst Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal